Wir alle kennen Final Fantasy, aber wusstet ihr schon, dass die Macher von Final Fantasy auch mal ein Mario-Game gemacht haben? Und zwar ist das Game Super Mario RPG für die SNES. Shigeru Miyamoto wollte unbedingt ein RPG mit Mario machen und Square wollte unbedingt ein RPG machen, das auch gut im Westen ankommt. Ich habe das Game letztens erst gespielt und das ist wirklich gut. Ich kann es euch nur empfehlen, das auch mal auszuprobieren.